Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Let's Play World of Warcraft. Ja, es hat sich etwas getan. Ich habe endlich mal Kräuter gesammelt. Das sieht man auch schon ein bisschen an der Erfahrung. Und wow, da geht schon der Dungeon auf. Ich habe mich gerade erst für Gnomeregan, also zufällig, angemeldet. Ich kann es ja mal nebenbei noch erklären. Also, das hat sich jetzt hier auf 119 schon mal erhöht. Ich würde jetzt kein Level Up machen, ohne es zu zeigen. Und natürlich konnte ich damit auch Unschriftenkunde etwas hochleveln. Und ich kann jetzt schon ein paar Glyphen hier herstellen. Also, das ist schon echt nicht schlecht. So, anscheinend gibt es hier jetzt auch ein Portal. Okay. Ich konnte jetzt auch schon einige Glyphen für Druide. Allerdings habe ich noch nicht genügend Materialien gehabt. Ich habe ja auch erst mal für ein paar andere Klassen was hergestellt an Glyphen. Und die im AH angeboten. Und damit kann man sich zumindest als, ja, niedrigstufiger oder wenn man halt hier irgendwie neu anfängt, echt gut Geld verdienen. Denn ich habe jetzt wohl hier zwei Glyphen, so um die 100 Gold, schon verkauft. Also, damit ist das hier ein Kinderspiel, meine Sachen dann zu kaufen. Und das hat halt wahrscheinlich den Hintergrund, weil viele sich dann die Tinten für eine höhere Tinte holen. Und der Tank ist rausgegangen, jetzt nachdem er hier alles gepullt hat. Also, das hat er schon echt gut gemacht. Ja, er ist vorgelaufen und hat alles gepullt. Ja, und danach ist er halt rausgegangen. Kann man jetzt machen. Muss man nicht unbedingt. So. Das heißt, wir gehen einfach wieder rein und suchen einfach einen neuen Tank. Ja, ich habe auch ein bisschen Wollstoff zum Beispiel verkauft. Also, für irgendwie 19 Gold das Stack. Wenn ich das dann hier raushol, bin ich dann reich. Ich habe ja auch ein bisschen aufgeräumt. So. Ja, jetzt ist auch noch der Heiler raus. Also, das ist hier schon wieder eine nette Erfahrung. Ich weiß nicht, was da jetzt los war. Naja. Okay, ich kann das ja jetzt einfach mal in der Zeit zeigen. Ich weiß jetzt nicht, ob die jetzt schon wieder was suchen oder nicht. Ein bisschen Erste Hilfe habe ich auch gelabelt, aber halt nicht so viel. So. Genau. Ach, das können wir jetzt gerade nicht machen. Können jetzt auch mal natürlich Rollen herstellen, aber wollte ich eher nicht so. Können jetzt hier auch einen voll janten. Aber ich wollte ja jetzt erstmal nicht heilen oder tuto machen. Löschpulver auch. Das könnte man aber auch beim Lehrer erlernen. Ja, das konnte ich schon immer. Hier können wir jetzt durch die rare Tinte auch schon die ersten Karten herstellen. Allerdings, ja, sind das echt noch die kleinen Karten-Sets. Die bringen noch nicht so viel Ruf. Ich kann ja auch, ja, die Tinte, die brauche ich nicht mehr. Ja, ich kann jetzt demnächst dann auch schon zum Beispiel die erste Glyphe herstellen, die mir eventuell etwas bringt zum Malmen. Ah, da brauche ich erst wieder drei Mitternachtstinten. So. Sind immer noch die Leute, okay. Ich dachte, es wäre schon wieder einer rausgegangen. So, gehe ich mal ein bisschen nach unten. Und das geht halt jetzt für jede Klasse. Es werden hier schon immer mehr. Ist auch für Hexenmaster hier die ersten Jäger, Krieger, Magier. Also alles mögliche. Und das bedeutet, dass man hier einfach drei Skillpunkte bekommt. Ja. Die verkaufen sich auch echt gut. Also, da hat man dann eine gute Basis. So. Das ist jetzt natürlich auch hier echt blöd, dass sie jetzt rausgegangen sind. Ich weiß jetzt nicht, woran das lag, dass sie das jetzt hier so abgezogen haben. Ich kann mich ja auch in der Zeit mal aus dem Dungeon teleportieren. Und schon mal die neuen Skills lernen. Ich stehe ja hier direkt vor dem Trainer. Genau. Was gibt es denn jetzt neues Anregen? Ja. 20% des Gesamtmaners, das hatten sie mal verändert. Was wurde das jetzt abgebrochen? Wieso wurde das jetzt abgebrochen? Ach, das ist hier ja auch eine Geschichte. Das hatten sie geändert, weil die Feral-Truiden sonst in der Arena immer ziemlichen Support geben konnten. So. Dann habe ich hier noch Besänftigen. Dadurch werden die Wut-Effekte entfernt. Das ist auch interessant. Falls mal hier irgendjemand enraged. Und ein herausforderndes Gebrüll. Das ist einfach ein AOE-Spot. Stufe 30 gibt es dann auch mal der Wildnis. Das ist echt interessant dann. Kann ich jetzt hier... Ach, wie war denn das jetzt hier? Ich muss neue Leute suchen. Jetzt muss ich hier noch eine Ausflusswahl machen. Mhm. Mhm. Ja. Also der ist jetzt offline. Und ich kann den nicht entfernen. Aber wenn ich jetzt hier rausgehe, dann habe ich, glaube ich, wieder einen Cooldown auf die Suche. Und das wäre... Blöd. Jetzt muss ich hier warten, bis ich den rauswerfen kann, oder was? Ja. Ich kann ja mal zeigen, was ich so eingenommen habe. Also Mage-Glyphe. Um die 99 Gold. Und auch für die Cryo-Glyphe. 170 Gold. Eben. Ja. Für den Wollstoff. 2 mal 20 Gold hier. Ich bin jetzt bei 341 Gold. Also... Das kann sich sehen lassen. So. Und ich wollte den jetzt eigentlich kicken. Ansonsten muss ich da wirklich rausgehen. Und das einfach später nochmal versuchen. Ähm. Ja. Er ist off. Hm. Und jetzt suche ich mal noch hier verbleibende Leute. Ja. Da... Damit der Dungeon wieder weitergeht. Ähm. Jo. Da finde ich anscheinend schnell, Leute. Gibt es noch etwas? Ja. Ich habe natürlich auch in der Zeit etwas erkundet. Das nördliche Brachland und Durotar. Und habe auch in Durotar noch den neuen Flugpunkt geholt. Das ist auch schon mal gut. Ja. Was habe ich denn jetzt eigentlich? Ja. Ich habe natürlich auch neue Fähigkeiten. Und da geht es auch schon los. Okay. Da hat sich das Problem auch schon mal gelöst. Vielleicht ist jetzt auch ein Tank, der jetzt nicht vorrennt und alles auf einmal pullt. Weiß man ja nicht. Okay. Schauen wir uns das einfach mal an. Und da hat ja auch noch ein französischer Gildennamen. So. Was haben wir denn jetzt dabei? So. Was haben wir denn jetzt dabei? Ich bin eigentlich immer ganz entspannt hier in Nis gehen. Leider gibt es hier auch wieder keine Quests. Ich dachte aber für die Ruhe gibt es hier welche. Also es gab auf jeden Fall mal welche. Aber anscheinend hat sich das jetzt hier nicht so ergeben. Ich zeige ja immer gerne in Nis. So. Hat ja auch anscheinend niemand was von euch dagegen. Von daher okay. So. Da kann ich den mal noch plündern. Ich glaube dort hinten gab es auch irgendwas. Aber man kann das auch auslassen. Das ist optional. Ja. Da gab es einen Boss. Es gibt ja jetzt auch die schönen Karten von Blizzard. Also ich finde das ist echt eine gelungene Neuerung. Die Karten sind übersichtlich. Das ist das was zählt. Und sie sind auch jetzt nicht irgendwie schlecht. Sondern man kann es schon anschauen. Und. Ja. Jetzt geht es hier schon die Treppen runter. Zur Zuflucht der letzten überlebenden. Kinoma. Die sind uns aber auch freundlich gesinnt. Und da ist er schon Level 30 gewonnen. Der ist ja echt hoch für die Inni. So. Kann man auch noch gratulieren geben. Ich finde es aber auch gut. Das zum Beispiel jetzt die westlichen Spieler. Jetzt so schnell gefunden wurden. Dass ich da auch als DD eine Chance habe. Und. Auch wenn das Belohnungssystem. Für Heiler und Tanks. Ist es ja meistens. Erst ab. Äh. 85 ist. Äh. Funktioniert das super. quiero. Ja. Genau.